Ja, hallo miteinander. Philipp hat mich gebeten, dass ich ein kurzes Feedback gebe bezüglich seinem Kurs. Ich kann diesen Kurs nur empfehlen, weil es drei Aspekte gibt, die wichtig sind. Erstens mal ist der Kurs sehr gut aufgebaut, also es ist verständlich, man kommt nach. Der zweite Grund ist sicher die Gruppe, wo man sich immer austauschen kann, wo man dann hilft, so gut es geht. Und natürlich der dritte Punkt ist dann auch das wöchentliche Call mit Philipp und mit den anderen Teammitgliedern, wo man dann die verschiedenen Probleme zusammennimmt und auch besprechen kann. Ich habe bereits meine Umsätze erzielt, also es ist wirklich ein gutes System. Es ist sehr erfolgreich, da natürlich, wie gesagt, jeder Unternehmen braucht diese Neukunden, und durch das System von Philipp können wir das den Partnern auch bieten. Also ich sage dir jetzt, wenn du Zweifel hast, leg die Zweifel ab und komm zu uns, in unserem Team, in unserer Gruppe, weil es ist wirklich erfolgreich. Dann bis dann und viel Erfolg. Ciao. Ciao. Ciao.